Ich weiß ja nicht, ob du ein Erbonkel oder eine Erbtante hast, aber dafür hab ich ein Lied. Nur, nur tu mir einen Gefallen und spiel denen das nicht vor, dann ist alles futsch. Also, ich hab das jetzt getextet auf die Erbtante. Morgen kommt die Erbtante, kommt mit ihren Gaben. Tausend Euro auf der Hand und den Notarvertrag dabei. Ja, das ganze Haus und mehr werd ich bald dann haben. Also, wie gesagt, mit der Erbtante oder Erbonkel vorspielen, dann ist alles futsch. Ansonsten schöne Weihnachten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017